Was geht ab Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, Bitcoin bricht den Trend. Wir haben einen vollständigen Trendbruch jetzt zumindest. Einerseits auf den 1-Stunden-Chart, aber auch auf den größeren Timeframes. Das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Video anschauen. Droht uns jetzt womöglich ein größerer Crash oder gibt es noch Hoffnung, dass wir doch noch ein höheres Hoch kriegen? Auch das werden wir uns im heutigen Video anschauen. Doch bevor wir starten, lasst dem Video doch gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und natürlich gerne in die kostenlose Talk- und Signalgruppe reinschauen. Wenn ihr keinen Bock mehr habt, irgendwelche Updates zu verpassen, joint da rein. Und ich habe gestern schon eine Umfrage gemacht. Also das Steuervideo kommt morgen online wahrscheinlich, aber dann in einer kompletten Stunde. Das heißt, ich mache nur einen Einteiler draus. Minimale Mehrheit hat dafür gestimmt, deswegen machen wir das so. Und jetzt habe ich genug Eigenwerbung gemacht. Ich würde sagen, wir starten direkt durch. Wie gesagt, momentan bei 22.600 US-Dollar. Wir haben es gestern leider nicht mal mehr geschafft. Und da möchte ich jetzt nochmal ganz kurz auf den Livestream eingehen. Hier oben in dieses Golden Pocket bei 23.150 US-Dollar zu kommen. Leider nicht. Das wäre dann für mich eher so ein Make-or-Break-Decision gewesen. Entweder wir wären hier short gegangen oder long. Je nachdem, wie hier oben eben die Reaktion gewesen wäre. Wir sind leider nicht mehr hier hingekommen. Wir haben es gerade noch bis zum 0.382 geschafft. Und wurden dann weiterhin abverkauft. Wir haben auf einen 1-Stunden-Chart jetzt endlich, oder was heißt endlich, dieses Lower-Low hingelegt. Das heißt, der Trendbruch ist jetzt vollzogen. Wir kontrollieren das nochmal ganz kurz mit dem Binance-Chart. Und zwar auf dem Daily-Timeframe. Wie sieht es denn da aus? Und da sehen wir auch, okay, Lower-Low jetzt auch hier bestätigt. Trendbruch bei dieser Trendlinie auch bestätigt. Auch wenn wir jetzt nur, sage ich mal, die Kerzenkörper nehmen oder die Wigs. Es ist egal. Wir haben einen Trendbruch. Und das ist für mich jetzt erst einmal grundsätzlich das Short-Zeichen. Dann sollten wir, und jetzt kommt dieses große Aber wieder, sollten wir unter diesem Bereich hier bei den 22.700 US-Dollar mit dem heutigen Tag schließen. Dann bin ich offiziell bearish. Und was heißt bearish bei mir? Wir haben ja schon die letzten Wochen immer wieder darüber gesprochen, dass eine Korrektur auf jeden Fall im Bereich des Möglichen oder auf jeden Fall sinnvoll wäre. Welche Bereiche kommen da überhaupt für uns in Frage? Kurzfristig, wie gesagt, die 21.600 bis ungefähr 21.000 US-Dollar. Hier unten haben wir eben noch dieses Void. Wir haben, wenn wir den Traders-Reality-Indikator anmachen, hier noch zwei Vektoren, die es auch noch aufzufüllen gibt. Das heißt, best case wäre 21.150 US-Dollar Vektor füllen und dann ein Higher High. Ansonsten werden wir uns hier oben, sage ich mal, hier bei 21.600 den ersten kleinen Bounce wahrscheinlich sehen, aufgrund diesen Hochs, die wir hier drüben gebildet haben. Und dann versuchen hier ein bisschen zu konsolidieren, nach oben hin zu breaken. Besser wäre aber wirklich lieber ein bisschen tiefer die 21.100 Vektoren füllen und von mir aus dann mit Higher High. Das heißt, wir würden hier den ehemaligen Widerstandsbereich nochmal zu Support flippen. Wir hätten dann eine neue Impulswelle nach oben hin. Und dann können wir mal gucken, ob wir hier die 25.2 halten können oder ob wir hier oben einfach wieder rejected werden. Sollte jetzt auch hier. Und jetzt kommen wir nochmal zu dem anderen Aber, was ich jetzt gerade schon angesprochen habe. Furkan von Coincheck TV hat es gestern noch gepostet. Breaking News. Wir hören Gerüchte, dass die SEC Crypto Staking in den USA für Privatpersonen verbieten möchte. Ja, die SEC ermittelt außerdem noch gegen Kraken anscheinend. Kraken eigentlich eine Exchange, wo sehr, sehr viel Vertrauen ist und die immer auch sehr, sehr offen hingehen. Und der CEO oder Co-Founder von Coinbase hat es eben gepostet, dass hier eventuell das Staking verboten werden sollte. Natürlich, das hat dann auch nochmal dazu geführt, okay, Kurse ein bisschen runtergegangen. Was könnte das für Auswirkungen haben? Natürlich wieder eine dezentrale Exchange mit DYDX oder sowas. Fällt mir da jetzt spontan ein. Wir haben jetzt leider hier, nee, wir haben keinen Chart, glaube ich, gerade hier. Wir können aber mal ganz kurz gucken, ob das hier Auswirkungen auf den Kurs hat. Könnte natürlich davon wiederum profitieren. Trotzdem, ah doch, ich habe sogar einen Favoriten. Aber bisher sehen wir hier keine wirklichen Dinge. Natürlich, es sind nur Gerüchte momentan. Aber sollte das kommen, sehe ich hier bei DYDX auch wieder einen euphorischen Ausbruch. Aber Staking, es gab ja auch schon in Deutschland immer auch das mit 10 Jahresfrist und Sonstiges und Sonstiges, wo immer wieder Staking und sowas, dann sollte das verboten werden. Und ich sehe es teilweise sogar gar nicht so schlimm. Warum? Not your keys, not your coins. Alles, was du in Staking reintust, könnte sein, dass es nicht deins ist. Außerdem, es gibt immer noch die Möglichkeit, auch über den Ledger Staking zu betreiben. Da bitte selber informieren. Klar, man kann es grundsätzlich verbieten. Sehe ich jetzt auch nicht das Problem. Ich finde jetzt auch nicht, dass das für einen exorbitanten Crash stehen sollte, dass wir hier nochmal Richtung 18, 19k gehen. Da gibt es dann andere Events oder Sonstiges, die dafür sprechen könnten. Aber trotzdem, sollen sie es verbieten. Hat im Endeffekt keine Auswirkungen auf Krypto. Nur für Leute, die halt sowieso das Zeug rumliegen lassen und immer ihr Zeug verleihen. Da ja, ansonsten Ledger, was weiß ich, überall gibt Staking-Anbieter, die vielleicht auch dezentral ist, wo man es auch nicht, sage ich mal, nachvollziehen kann. Also ich sehe, dass es jetzt nicht so schlimm ist mit Kraken. Dann schon ein bisschen eher, wobei ich Kraken immer noch als sehr, sehr safe Börse einstelle. Sollten da wirklich die Ermittlungen sich bestätigen. Dann, okay, 18, 19k. Aber auch das ist eigentlich der Bereich, über den wir auch seit Wochen immer wieder drüber gesprochen haben. 18, 19k ist im Bereich des Möglichen. Warum? Wir ziehen hier mal das FIP-Level und dann seht ihr weiterhin unser Golden Pocket. Und unser höheres Tief, was ich mir immer noch wünsche, wäre hier für mich persönlich immer noch das Best-Case-Szenario. Sollten wir hier oben nicht, sage ich mal, den Support finden, beziehungsweise hier oben abgeprallt werden, sehe ich immer noch 18, 19k. Einfach als Bestätigung für das höhere Tief. Und dann können wir von mir aus hier oben in Richtung 30k aufbrechen. Soviel erstmal zu den News. Gehen wir rüber zu Ethereum in den 4-Stunden-Chart. Auch hier liegt ein vorläufiger Trendbruch erst einmal zum Beispiel auf dem 4-Stunden-Chart vor. Es ist schon das zweite Mal, dass wir uns die Liquidität hier oben nicht geholt haben. Leider. Also auch hier noch kein Short getriggert nach momentanem Stand. Wir haben gestern schon im Livestream drüber gesprochen. Okay, die Zone hier um 1.579 US-Dollar wäre so der erste Anlaufpunkt. Wir hätten das Void gefüllt. Wir hätten hier unten eine 4-Stunden-Demand-Zone. Das heißt, wir haben hier unten erst einmal dicken, dicken Support auch aus der Vergangenheit. Beziehungsweise mit den letzten 4-Stunden-Candles. Trotzdem, ich bin immer noch der Meinung, und da wird mich jetzt auch ein Trendbruch nicht von abbringen, auch wenn es natürlich bearish ist, dass wir uns die Hochs hier oben noch eigentlich holen sollten. Einfach aufgrund der Liquidität, die hier oben liegt, um dann, sage ich mal, deutlich, deutlich mehr Leute auszuracken, anstatt, wenn wir jetzt nach unten hingehen. Aber gut, momentan bestätigt sich auch hier nochmal dieser Trendbruch mit dem Week, der hier momentan bestätigt wird. Ich bin aber trotzdem immer noch nicht vollends überzeugt und warte weiterhin, hier mit irgendwelchen Short-Positionen reinzugehen. Für mich übergeordnet gibt es nichts, was jetzt für eine mega große Korrektur spricht, außer, dass ein höheres Hoch wünschenswert wäre. Für mich immer noch eher die Situation, höheres Hoch Richtung Bitcoin. 24.000, 25.000, Ethereum hier oben die 1.720, von mir aus auch 1.760 US-Dollar hier oben die Ineffizienz und dann von mir aus große 20-30% Korrektur. Das ist immer noch für mich persönlich das Best-Case-Szenario. Ansonsten kurzfristig, Ethereum die 1.588 hier unten, eben 1-Stunden-Vektoren, Void, 1-Stunden-Demand, 4-Stunden-Demand, da unten kommt sehr, sehr viel zusammen. Da unten könnte ich mir dann eher nochmal vorstellen, dass wir hier runterkommen, Long-Position einloggen, nochmal hier in Retest sehen, zumindest hier hoch bis ungefähr 1.652 US-Dollar, um die Ineffizienz zu füllen und dann möglicherweise mit einem tieferen Hoch den Trendwechsel endgültig zu bestätigen und dann können wir von mir aus hier runter Richtung 1.444 US-Dollar. Das große Void hier drüben füllen, das würde dann bei Bitcoin entweder 21.6 bedeuten oder sogar tiefer 18.19k, wobei ich bei 18.19k Ethereum nochmal deutlich, deutlich tiefer sehe. Also übergeordnetes Ziel momentan bei Ethereum, sage ich mal zwischen 1.400 und 1.433 oder 1.444, das ist so das Ziel. Aber ich würde hier momentan trotzdem noch keinen Short einloggen, ich würde hier weiterhin noch ein bisschen auf der Seitenlinie stehen bleiben und dann hier oben gegebenenfalls bei den 1.650 die Reaktion abwarten. Wir schauen uns das nochmal ganz kurz an, sollten wir jetzt hier mal so ein kleines Golden Pocket einfach ziehen von unserem High zu unserem Low, wäre sogar noch die 1.669 drinnen. Gehen wir natürlich erst hier runter, dann verschiebt sich das und dann sind wir genau in dem Bereich, wo ich gerade eben angesprochen habe. Aber gut, werden wir jetzt von Stunde zu Stunde schauen. Das heißt momentan Trendbruch liegt vor, übergeordnet. Wir haben Ermittlungen gegen Kraken, die momentan laufen. Wir haben blöde Staking-News für manche vielleicht. Aber ansonsten hat sich wenig geändert, bis auf dieser Trendbruch, der jetzt vorliegt, beziehungsweise auf Binance diesen Tag erst bestätigt werden muss. Solange das für mich persönlich nicht bestätigt ist, werde ich hier auf jeden Fall nicht übergeordnet Short reingehen. Gut, dann kommen wir noch ganz kurz zu den News. Kommt der Bitcoin, Wortwitz, Bank of England entwirft Plan mit der Regierung. Soll lieber Bitcoin einführen, ist das Schlauste. Ich glaube, da stimmt ihr mir alle zu. Und ja, lest euch den Artikel gerne durch. Ansonsten in der Telegram-Gruppe gerne reinschauen. Dort werden die News jederzeit aktuell gepostet. Später kommt dann noch ein Altcoin-Update-Video. Heute Abend um 19 Uhr wieder Livestream. Freue ich mich drauf. Ansonsten war es das von meiner Seite. Wenn ihr irgendwelche Altcoin-Münsche habt, schreibt sie unten gerne in die Kommentare rein. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen guten Start in den Tag. Wir hören uns dann später wieder oder zweimal heute noch. Like da lassen, Abo da lassen. Und wir hören uns später wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer.